Ich geh ja noch zu den Subscribers diese Woche, ne? Jela... Die haben richtig von der Wolken, ne? Als Subscriber kannst du ja hier teilweise Screenshots mit dir anschauen, die du sonst nicht siehst. Ne? Ja wirklich schon. Den Tumbral Nova Tank. Da kann man sich... Ja, wo gut transportiert, ey. Aber ich soll mal so ein bisschen Tank-konform, das ist ja völlig... Wow. Man, ich hätte ja noch was machen. Ey, weißt du wie riesig dieser Tank innen drin ist? Hm. Ich hab da mal die... Den Flurplan von dem Ding gesehen? Ja. Ne, da muss ich unbedingt als Screenshots rausziehen. Boah, das sieht so geil aus. Ja. 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 Let's see what it's coming like going. Let's see what it's coming like. Electronic access. I'm just going to go to the account. I'm at the account. And then I'm at my anchor. That's it. I'm looking for it every time. Like another ship. All weapons. I don't want any weapons. I would like to sort them. But it doesn't work. You can only show them all. I don't want any weapons. 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 I do not need any weapons. Die macht ja nur Pum, Pum, Pum. Ja, so ungefähr wie die Tarantula, aber du triffst leichter damit. Ja. Und du machst viel mehr Schaden. Die haben wir nicht gehabt. Nein. Keine Chance. Du... Auf der Bulldog ist die Size 1, Size 2 ist der Belgian Repeater und der Panzer Repeater ist die Size 3. Entschuldigung. Von Klaus und Werner. Oh Gott bitte, so ein bisschen wie Heckler und Koffer. Aber egal. Zuuu. Und ich hab wieviel... Rack... Racks. 1.800 Racks. Ja. Ich hab die Welt nicht mehr. Die kann ich sogar gleich komplett mehr ausrüsten. Äh... Ich komm jetzt nicht ganz mit. Was meinst du mit gleich ausrüsten? Ja, ich hab 22.000 Racks. Ja. Und rein mir gleich natürlich die knifften Kurven. Ja. Juh. Wieviel hab ich jetzt schon drauf? Ja. Ich hab ich vergessen. Es war die Panther Repeater. Eins, zwei. Also brauch ich noch zwei. Ne? Zwei Stück. Zwei. 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 Zwei Stück. Zwei. 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 Ich führe hier gerade 15 zu 1 Also es sind jetzt nicht die Top-Piloten, aber das Ding hält wahnsinnig aus Die sind schon gut Jetzt ist die du verfahren Wie schnell habe ich die Waffen dann im Arena Commander zur Verfügung, wenn ich sie hier kaufe? Du musst die Spieler mal neu starten, dann hast du sie Ok und dann Zws ultima Und dann zu ab zu zu Und gegen Vendoo Swarm funktionieren die auch relativ gut oder? Die funktionieren auch im Multiplayer-Zubank. Da habe ich jetzt mal gegen einen anderen Kunden gekämpft, ne mit einem anderen Kunden gekämpft. Der Racer, das ist ein Ebracer. Achso, Rappenari. Anhekw. 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 Stand right wing, stand anhekw. 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 Anhekw.